Hallo liebe Finanzmarktwelt Community, bitte nehmen Sie meine Überschrift nicht allzu ernst. Der DAX ist in Gefahr? Ja, der DAX ist durchaus in Gefahr. Wir sind ja sehr weit gelaufen vom Corona-Crash-Tief, knapp unter der 8.000-Punkte-Marke und jetzt haben wir die 13.000-Punkte-Marke überschritten. Das ist nun mal ein Wort und je weiter ein Trend läuft, je weiter ein Markt nach oben läuft, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mal zu einem Rücksetzer kommt. Wird das Ganze in einem Crash enden? Ich glaube es nicht. Ich glaube oder ich erwarte einfach eine ganz normale Korrektur. Die kann aber durchaus, weil wir jetzt über 5.000 Punkte gestiegen sind, kann die auch mal 1.000 Punkte nach unten gehen. Und daher, es ist ja immer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Und damit begrüße ich Sie zur neuen Ausgabe Börse aktuell. Mein Name ist Mario Starnrücken, ich bin ehemaliger Parkethändler, ich bin Experte für technisches Trading und ich bin genau wie Sie auch Börsenverrückter. Denn ansonsten würden Sie sich ja wahrscheinlich am Wochenende hier sich nicht um die Märkte kümmern. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den abonnieren. Ich möchte in diesem Jahr noch die 10.000-Follower-Marke knacken. Und was ich aber ganz besonders möchte, ist Sie mit Trading-Wissen zu versorgen. Und deshalb abonnieren Sie meinen Kanal, verpassen Sie kein Video mehr. Und jetzt würde ich sagen, Kamera aus und die 1.000 Punkte DAX-Glaskugel an. Wir starten zuallererst wieder mit dem Blick auf den DAX Future auf Stundenbasis. Und hier möchte ich Ihnen kurz erklären, warum ich davon ausgehe, dass wir vor einer Korrektur stehen, die durchaus 1.000 Punkte, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr weit laufen könnte. Wir hatten hier ein markantes Widerstandsniveau im Bereich 12.900 bis 13.000 Punkte. Das wurde dann überschritten Anfang der Woche, Montag, vor allem am Dienstag, haben wir einen Gap nach oben gesehen. Das war ein Zeichen der Stärke. Allerdings haben wir einen markanten Widerstand zwischen 13.300 und 13.500 Punkten. Hier ist ein großes offenes Gap, Corona-Crash-Gap. Und die 13.300-Punkte-Marke, wenn Sie am Dienstag, mache ich immer einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Und da habe ich gesagt, hier 13.300 ist Short-Niveau. Ich habe ein Hebelzertifikat dazu empfohlen, Stop-Loss knapp über dieser Marke. Und diese Widerstände bzw. diese Gap-Widerstände, die werden häufig sehr präzise angelaufen. Daher auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe nicht gedacht, dass wir unter die Unterstützung fallen. Deswegen hier, das war ein Niveau, wo man einen ersten Teilgewinn mitnimmt. Aber jetzt ist der Markt unter diese Unterstützung gefallen. Und wenn wir wirklich Stärke weiterhin im Markt hätten, dann wäre der alte Widerstand zur Unterstützung geworden. Und hier hätte der DAX einen erneuten Angriff in Richtung 13.300 Gap-Widerstand gestartet. Und dann hier dran geknabbert, sich weiter nach oben gearbeitet. Das ist so nicht gekommen. Wir sind nach oben gelaufen und jetzt wieder unter dieses Unterstützungsniveau gefallen, was jetzt, wie es hier falsch steht, was jetzt erneut Widerstand wird. Und wir haben damit einen möglichen Fehlausbruch. Und nach einem Fehlausbruch sieht man häufig, dass wir mit Dynamik in die entgegengesetzte Richtung, also in diesem Fall, nach unten laufen. Jetzt sind wir hier noch nicht arg weit in die vorherige Range gefallen. Also wir sind jetzt nur knapp unter dieses Unterstützungsniveau abgetaucht, aber wir sind auf jeden Fall schon mal drunter. Die Stärke ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und aus diesem Grund erwarte ich Rücksetzer. Und wir hatten zuletzt immer gesagt, naja, Sommerloch, wir erwarten eher Range. Daher meine nächsten Ziele im Bereich 12.400, im Bereich 11.900 bis 12.000 Punkte, 11.920 eigentlich ist es wurscht, diese 20 Punkte, dass wir hier in den nächsten Wochen nochmal hinlaufen. Sollte der DAX, und jetzt kommt wieder, ah ja, hätte, könnte oder viel mehr, wenn, dann, sollte und so weiter. Aber so ist es nun mal im Trading. Man muss sich ja Gedanken machen, was alles passieren könnte, beziehungsweise wie man dann reagiert. Wenn dieser Widerstand, ich sag mal, hier ist jetzt erneutes Short-Niveau. Wenn der Markt jetzt aber über die 13.000-Punkte-Marke wieder ansteigt, ich sag mal 13.050, dann ist dieses Szenario erst einmal hinfällig und ich würde ausgestoppt, wenn ich hier meine Position vergrößern würde. Was wäre dann als nächstes ein mögliches Short-Niveau? Und das wäre wieder der Gap-Widerstand hier im Bereich 13.300. Ich sage immer, der erste Anlauf ist tendenziell der wirkungsvollste und deswegen, man kann hier direkt einen Short-Order platzieren. Wer ein bisschen auf, in Anführungsstrichen, nur mal sicher gehen will, der schaut sich hier an, was dort passiert, wenn es Umkehrsignale gibt, zum Beispiel Candlestick-Umkehrsignale, irgendwie ein Hammer oder weiß der Teufel Schatten oben. Dann ist das erneut ein Zeichen der Schwäche und wir können weitere Abwärtsbewegung erwarten. So meine Vorgehensweise. Im Bereich dieser Unterstützung und vor allen Dingen hier im Bereich der 12.000er Unterstützung, da ist dann schon wieder mit Gegenbewegung zu rechnen und man kann im kurzfristigen Bereich hier auch eine kleine Bewegung nach oben spielen. Und vice versa heißt es natürlich, die Unterstützungen sind natürlich auch, wenn man Short ist, Kursziele. Schauen wir uns den S&P 500 an, da hatten wir diesen Triple-Widerstand mit angesprochen. Die 3.300 ist ebenfalls ein Gap-Widerstand, wurde zuletzt nicht ganz erreicht, schade. Und ich shorte aber tendenziell auch eher lieber den DAX als den S&P 500, weil die US-Märkte tendenziell stärker sind. Und wenn die mal schnell nach unten fallen, wir wissen es, dann rappelt es im DAX ja meistens auch nochmal umso mehr. Wir haben hier eine kleine Unterstützung im S&P 500 und die ist auch durchaus markant. Da haben wir am Freitag drüber geschlossen. Und auch hier, wenn man jetzt vom kurzfristig ausgerichteter Trader, ich bin Day-Trader und das sind dann so Marken, wo man durchaus einfach mal kaufen kann und eine Gegenbewegung nach oben mitnehmen kann. Also darauf spekulieren. Und das gleiche gilt dann im Bereich Swing Trading, hier im Bereich 3.100 und hier haben wir ein relativ breites Niveau, eigentlich von 2.900 bis 2.975 im S&P 500, eigentlich fast sogar bis zur 3.000er Marke. Hier muss man dann einfach schauen, wie sich der Markt verhält. Denn ansonsten irgendwie von 3.000 unter 2.900 dann Stop Loss noch bei 2.875. Das ist einfach zu groß, da passt das Chance-Risiko-Verhältnis nicht. Insgesamt müssen wir sagen, der Trend ist weiter intakt. Ja, wir sind weit gelaufen, aber entsprechend hoch ist dann natürlich auch mal das Rückschlagspotenzial. 3.3 ist markante Hürde. Hier Umkehrsignale dürften zu einer Gegenbewegung nach unten führen. Ja, der Gold Future. Zuletzt hatte ich noch, da habe ich geschrieben, boah, Mensch, hier, das zieht sich wie Kaugummi. Da bekommt man Angst, beziehungsweise man ist geneigt, hier Positionen zu schließen. Aber die Unterstützung hat gehalten, 1.780 bis 1.800 US-Dollar. Und ja, jetzt Anfang der Woche hat der Goldpreis ordentlich Gas gegeben. Ja, aber Vorsicht, jetzt ist die Kurze oder die Freude wert oft ja nicht so lang. Dynamische Bewegungen oder Trends laufen immer kürzer als Seitwärtsbewegungen. Und jetzt haben wir eine Trendbewegung gesehen. Wunderbar, alles perfekt. Wir nähern uns dem Allzeithoch. Und hier muss man auf jeden Fall mal Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Von Shorts möchte ich nicht unbedingt sprechen, kann man vielleicht sogar auch probieren. Und ja, ein Allzeithoch ist einfach eine sehr markante Hürde, an der es immer und immer wieder zu Gegenbewegungen kommt. So, und jetzt an alle Kritiker der technischen Analyse. Ja, es kann auch einfach durchlaufen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, sich einen Plan zurechtzulegen. Was mache ich, wenn was passiert? Und sollte man jetzt hier shorten, muss der Stop-Loss über dem Widerstandsniveau liegen. Weil wenn der überschritten wird, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass wir in Richtung 2000 US-Dollar laufen. Das ist eine psychologische Hürde. Und ja, das kann alles passieren. So ist nun mal die Börse. Wir haben, auch ich, habe tatsächlich keine Glaskugel, die mir sagt, wo der Markt hingeht. Das ist ja einfach nur ein bisschen Spielerei für den Entertainment-Faktor. Also, in Gold, wir sind weit gelaufen, beziehungsweise wir sind am Allzeithoch. Nehmt euch ein bisschen in Acht. Physisches Gold würde ich nicht verkaufen. Physisches Gold würde ich niemals verkaufen. Es sei denn, man muss sich irgendwann mal ein Brot oder so davon kaufen. Kann ja alles mal noch vorkommen. Und von daher, tja, im Gold, ich bin jetzt erstmal neutral eingestellt. Schauen wir uns das Öl an. Und jetzt auch hier, Kritiker, schön hingehört. Denn der Steinrücken lag falsch. Beziehungsweise meine Trading-Idee ist nicht so aufgegangen, wie ich das eigentlich haben möchte. Und bin mit einem mini-kleinen Plus hier aus dem Öl rausgeflogen. Der Ölpreis hatte im Grunde einen alten Widerstand, wenn Sie sich zurückerinnern, 39 bis 39,70. Dann haben wir den ein bisschen angehoben. 39,90 bis 40,50. Und wir hatten weitere Widerstände, 41 bis 41,5, 42 bis 42,5. Und zuletzt hat der Ölpreis hier im Bereich 41 US-Dollar immer ein auf die Nase gekriegt. Beziehungsweise hier sind die Käufer nicht weiter vorangekommen. Aber auch die Verkäufer konnten das Ruder nicht übernehmen. Kurzfristige Rücksetzer wurden direkt wieder gekauft. Wurden direkt wieder gekauft. Und da hatte ich in der letzten Woche gesagt, na, das ist ein bullisches Szenario hier. Das ist ein bullisches Zeichen. Wenn wir uns so lange an diesem Widerstand aufhalten, keine Verkäufer auftreten, dann wird irgendwann der Ausbruch nach oben kommen. Und ich erwarte, hier oben ist der Gap-Widerstand, dass wir weiter hochlaufen in Richtung Gap-Close. Wo es genau ist, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und wir haben es Anfang der Woche gesehen. Bäm, der Ölpreis schießt nach oben. Macht erstmal hier am oberen Widerstand 42,5. Macht da erstmal Halt und fällt zurück auf das Ausbruchsniveau. Bis dahin alles bestens. Keine schwitzigen Hände, kein gar nichts, keine schlaflosen Nächte. Danach setzt sich der Markt wieder nach oben fort. Alles gut. Und dann aber Bäm, Bäm. Und genau das will ich ja nicht sehen. Ich erwarte ja Kaufdruck nach oben. Ich erwarte schnelle Dynamik hier, schnelle Dynamik. Aber nicht schnelle Verkäufe. Das ist dann ein Zeichen, da muss man hellhörig werden. Und nachdenken, vielleicht ist meine Annahme einfach falsch. Der Widerstand hat Bestand oder scheint Bestand zu haben. Auch die Käufer können sich hier jetzt nicht nachhaltig nach oben durchsetzen. Und dann müssen wir die Schlüsse ziehen, Position glattstellen und fertig. Und dann, ja, und dann warten wir auf den nächsten Trade. Und der nächste Trade, der kommt bestimmt. Das war es von meiner Seite. Und ein kleiner Hinweis noch. Die nächsten zwei Wochen gibt es keine Börse aktuell. Denn, ja, auch ich nutze das Sommerloch. Mache ein bisschen Urlaub, verbringe Zeit mit meiner Familie. Und ich wünsche Ihnen gute Geschäfte an der Börse. Eine gesunde Zeit. Ein paar schöne Sommertage. Und wir sehen uns dann am 15. August an dem Wochenende wieder.